So, ein wunderschönes Doom, äh, ja, Doom Eternal, ähm, Eternal Doom, Map 22, und ja, man merkt langsam, dass jetzt Winter wird, es ist jetzt schon dunkel, obwohl es gerade mal 19 Uhr ist, ist schon heftig, genau, so, oh, 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 oh Kann aber auch für dich sein. Oh! Oh, da kommt alle vor. Oh, da kommt alle vor. Oh! Whoa! 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 Kommt der nicht hoch oder kann er nicht hochkommen? Das weiteres wäre eher seltsam. Dann renne ich mal runter in die... Weiten des Internets... Gut, dann geht der schon mal ruhig aus. ... 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 Okay, okay. Oh Mann, ey. Verlückt sogar, Mann. Ich kriege mal, wie viel denn der aus? Naja. Fünfmal mit der Doppelläufigen und der stirbt nicht, ist natürlich echt super genial. Geil. Lass mich erstmal in Ruhe. Beziehungsweise noch mal mit dem hier. Geht doch. Geil. 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 Du Scheiße. Ah, da hab ich noch einen Sitz-Rum-Teleportieren. Wir müssen ja über Cotton-Lose-Soul. Ah, da ist er. Oh. Da ist ja der Nette Herr, wer wir nennen. Hallo. Oh, komm, bleb ich dir. Schieß. Komm, sind wir nicht. Ah, das... War das gut? Ja, sehr gut. So, wie komme ich da oben hin? Also hier. Ich weiß nicht, was ich da oben hin? Ja. Ich weiß nicht, was da runterkommen. Nee. Der ist ein blauer... Okay. Entschuldige, der Nette, eine sehr verzwickte Angelegenheit. Wo keiner berichtet wird. Wo keiner berichtet wird. Ah. Ach, ich weiß nicht, was das ist. Ach, ich weiß nicht, was das ist. Ah... Ach, ich weiß nicht, dass... Die zehn Schuss oder was... doch mal das Krottwagen da bekommt. Na gut, gehen wir noch mal rein, dann mal gucken. Geht die Yellow King da. Kleine ist ja auch Yellow, braucht also definitiv den gelben Schlüssel. Wisst ihr was, bevor das wieder ausartet, mach ich gleich mal. Oder der wird ist auch Gelb da. An einem Ort, wo ich noch nicht war, aber was wissen, wo ich hin muss? Ähm, vielleicht doch nicht wirklich. Ich denke, ich muss quasi noch da. Also jetzt komm ich da hin. Da hinten oder was? Nee, aber so in die Richtung ist schon mal nicht verkehrt. Das ist eine rote Tür. Das heißt, wir kommen auch in den Außenbereich. Oh, super. Das wollen bestimmt überhaupt keine Gehegele, nein. Okay, Moment mal, wir müssen mal. Ich sehe gerade nichts, was irgendwie Sinn macht. Außer die blaue Tür. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Hm. Hier muss halt irgendwo noch was sein. Ich hab dich noch nicht entdeckt gesehen. Oder... ever. Aber... Das ist natürlich auch eine Artikel, ne? Die bin ich gefüllt. So, es hier auch wirklich anklickt. Ach, die Wimbus oder so? Ich bin sicher an. Oh nein, ist es nicht. Aber nein, ist es nicht. Wobei die Schalter sind. Oh, ne. Ja. Okay. Das heißt, wir sind auf jeden Fall da hinten. Wohin? Da hoch? Oder so? Und du siehst raus. Hm. 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 Ja, okay. Wow. Awww Hast du sie bald mal? Was ist denn das da? Wo ist das? Was ist das? Oh, Sch**z Männchen, Böhm, das habe ich ja lange nicht mehr gesehen Tatsächlich Ähm... Die Textur passt irgendwie so gar nicht rein Ich weiß nicht, irgendwie... Irgendwie ein bisschen fällt sie mir Oh Oh, war es mit der... ...theraportiert? Oh Gott Okay, das Raketen gibt mir jetzt genug Komm wohl Hab an, Böhm Schieß nicht, hab an Oh nein Oh 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 Gebe ich zu, aber ich wollte es einfach mal probiert haben, nicht, dass es dann später heißt, ja, hätte ich direkt die Rücklichte noch machen können. Der ist Geschichte. Der Schreibt-Kart-Geschichte, sehr schön, so nett ist noch einer. Nein, was ist noch los? Nein. Mann, warum teleportieren? Nein, ich gehst mir auf den Sack hier. Oh, schau dir das an. Gut, der ist jetzt gerade her. Oh, wir sind mehrere. Nachteil, also, das sind mehrere. Was ist das denn jetzt, ja? Was ist das denn jetzt schon mal? Ich füge dich, Alter. Oh, schlappe. Ich bin noch nicht wirklich Zeit, oder? Als ich jetzt Achtung hatte, hat sich was getan. Oh, schlappe. So soll das bei dem ersten Achtfall auch sein. Okay, die Tür ist aufgegangen. Vielleicht ist das schon im Außenbereich. Null. Oh, nein. Oh, nein. Nicht rum teleportieren. Ich fände gar nicht wenigstens rum. Oh, nein. Nicht nur Arschwein. Ach, der nur noch einen. Was ist denn da? Was ist denn da? Bis zumal ich den scheiß Achtfall hier besiegen. Oh, mein Gott. Ich will doch mal eine Pause durch. So, jetzt der nächste, wo ist dieser Kack, genau der. Wo ist der von wahrscheinlich mehrere, kann das sein? Ja, also da oben so schon mal zwei. Heute war eigentlich komplett mehrere verschiedene Posten. Ja, da oben zwei. Ich fülle wieder nicht auf die Entfernung. Da habe ich noch mal wieder mehr raus, als ich hier habe. Okay. Ach, du Kacke. Ja. ich habe an doch schnell vor der rote kommen das war die heute habe ich mich mehr als vor dir muss ich aber das offen zugeben du hast mich dann neben schießen das war traurig tatsächlich Gibt's denn was von sonst? Ah, das schauen wir mal an. Gucken, was wir merken. Sobald es da Rüstung gibt. Warum kann er da runterfallen? Ja, komm her. Oh. Kann er das auch runterfallen? Sehr schön. Ich hätte jetzt auch noch einer. Gut, da muss ich aber auch außen rum, wie's aussieht. Was? Oh-oh. Tuck doch mal. Geht doch. Wow. Kacko, die man, ich hab grad zu tun. Alter. Die sind da, ne? Siehste, die ist schon wieder richtig schön, gleichmäßig runtergeflogen, ohne nach oben abzubiegen. Also manchmal können die Raketen auch ihre Höhe steuern, also praktisch vertikal steuern, aber manchmal nicht. Das ist immer so, so, so irre. Oh, ja. Mann, Alter. Ich will irgendwo was erzählen. Äh, wie gesagt, manchmal können die das, manchmal können die das nicht. Das ist so bescheuert. Du willst dich nie, warum du dich einlassen sollst. Hm, hm. Äh, es kommen halt. Oh, Alter, wie viele noch. Ja, hab's graviert. Ach, wie ist es aufhört? Ähm. Der Moment, wenn du mir einfach komplett übertreibst, um zu gucken, wie du reagierst. So, das ist hier. Jetzt gar nichts. Oh, oh. So, ich muss schon vor den Kee. Aber die ganze Taktik wird vielleicht wieder um uns. Ja, ja, ich habe auch noch ein bisschen geschmeckt. Oh. Was? Kann ich auch wieder rein, oder was? Kommt ich jetzt von links oder von rechts? Oh, wo kommt der zweite runter? Hier ist noch einer irgendwo da näher. Hm, hm. 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 Ah, jetzt verstehe ich das auch, warum das hier so angeknackst aussieht. Wo man das Ding öffnen kann und noch das Ding. Äh, ne. Ah, doch. Kammer. Ich bin gebührt. Alter. So, dann geht's ja mal nach hinten zur roten Tür. Und er ist wie hier. Hey, ich bin ja da, ich bin ja da. Äh. 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 Was ist schon wieder? Was Junge? Was? Kann ich diesen Ort? Ja, ich kann den Ort. Ja, und der gefällt mir dich. Oh Gott. Ich muss noch kurz gucken, wie lange die Aufnahme ist. Vielleicht mache ich auch gleich wieder zwei Teile draus, bevor sie wieder eskaliert. Okay, ich mache zwei Teile draus. Na gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann bald mal wieder, wenn es dann heißt, Hauli Mauli, was ein Flick. Aber die Map ist gut, also die Map gefällt mir tatsächlich. Die ist zwar bisher kompliziert und scheiß wie der Wevernance. Aber sie ist von der Struktur her schön. Sehr schön süß. Hoffentlich wird sie nicht genau so abgefuckt wie die Map 20. Na ja, werden wir sehen. Schauen wir uns vor.